Musik Hallihallo und herzlich willkommen liebe Leute, es tut mir leid, es tut mir leid, ich kann es einfach nicht lassen. Ja, ich weiß, die Folge hier beginnt eine Sekunde nachdem ich die Alte fertig aufgenommen habe, Leute, das liegt daran. Ich wollte eigentlich hier quasi Holz abbauen und naja, was soll ich sagen, das Ding hier funktioniert noch. Seht ihr mal hier, ich habe hier zwei Setzlinge hingesetzt, dann hatte ich leider nicht mehr genug Baumil. Die Farm funktioniert noch, Leute. Das heißt, ich werde das Holz hier nicht abbauen. Wir werden versuchen, irgendwie an Dschungelsetzlinge zu kommen und diese Farm natürlich weiter zu betreiben. Wir brauchen natürlich auch jede Menge Baumil, das heißt, wir brauchen irgendwie einen Skeletonspawner-Farm oder sowas. Aber ihr seht eben hier hinten, die beiden Holzreihen, die habe ich vorher da drinnen abgebaut und die stecken jetzt hier eben raus. Das heißt, diese Farm, die funktioniert komplett noch und wie gesagt, ich bin jetzt eben da so gehypt gewesen, dass ich mir gedacht habe, Okay, du, weißt du was, ganz ehrlich, wir fangen von vorne an. Also, was heißt von vorne an, wir machen einfach hier gleich weiter mit der nächsten Folge. Tut mir leid, schon wieder für das ewige Vorausproduzieren. Das hier ist jetzt schon wieder, glaube ich, für vier Wochen im Voraus. Und ja, ich weiß, das mögt ihr nicht so gerne, aber es ist einfach, wenn der Hype da ist, dann ist es einfach unglaublich. Und Leute, wir brauchen hier definitiv einen gescheiten Zugang zu dieser Baum-Farm. Das heißt, ich hoffe, wenn wir hier nach oben gehen, oh, ich hoffe, ich denke mir, hier wird jede Menge Setzlinge oder Baumil drin gewesen sein. Das wäre, das wäre schon echt viel wert. Also, hier, diese Baum-Farm, holy shit, wir werden verfolgt. Tschüss, Zombie. Diese Baum-Farm funktioniert 1a. Hier ist, by the way, die Cactus-Farm. Was hat denn der da noch alles gebaut? Das sind Spawner. Daddy Einbein, dein Haus gefällt mir bis jetzt hier sehr gut. Wir schauen jetzt mal ganz kurz, wo die Kakteen hier rauskommen. Oh, so Wasserläufer wäre schon echt cool. Check New Rits. Weil ich einen Kaktus eingesammelt habe. Alles klar. Okay, also hier, das läuft alles wunderbar. Aber hier ist es dann geschmolzen. Hier liegen einfach mal zwei Stacks Dings und so rum. Das liegt daran, weil hier eigentlich Eis war und das ist jetzt geschmolzen. Das heißt, jetzt funktionieren hier die Hopper nicht mehr. Das heißt, wir helfen da mal ganz kurz nach. Und im Prinzip sollten jetzt die Items wieder da drin landen. Und schaut mal an, wie schnell die auch daherkommen. Das ist ja echt unglaublich. Wir probieren jetzt mal, dass wir hier weit genug weg sind. Okay, ich glaube, jetzt wird es wieder aufgenommen. 20, 28. Oder? Ja, jetzt nimmt es das Ganze wieder auf. Und ihr seht echt, da kommt alle paar Sekunden, kommt da ein Kaktus daher. Das ist ja unglaublich. Also das ist mal echt eine richtig coole Farm. Ach, und die gehen dann sogar teilweise direkt in Öfen rein, oder wie? Ja, ist ja cool. Das heißt, er wollte daraus direkt Kaktusgrün machen. Ich weiß zwar noch nicht, warum. Aber warum nicht? Das heißt, wir haben hier auf diesem Grundstück eine funktionierende Kaktus-Farm. Eine Mega-Kaktus-Farm. Eine funktionierende Melonen-Farm, so wie es ausschaut. Auch wenn wir keine Melonen brauchen. Und hier leckt es irgendwie ein bisschen. Dann haben wir hier eine funktionierende Tree-Farm. Die auch schon mal viel wert ist. Können wir hier irgendwie zwischendrin aussteigen und da rüber gehen. Wir probieren es einfach mal hier. Ob wir hier vielleicht rüber kommen. Ja, seht ihr? Fast genau richtig. Jetzt schauen wir uns mal kurz an, was das hier ist. Holy shit, was hast du denn damit vor? Mega-Delay. Aber das hier sind Schweine-Spawner. Ganz ehrlich, Leute, ich glaube... Schweine können nur auf Gras spawnen. Ist das richtig? Ich glaube schon. Wir müssen mal irgendwo hier den Aktivierungshebel finden. Ich glaube, ich weiß, wie das Prinzip funktioniert, Leute. Es ist so, wir haben hier Spawner. Hier drin ist Lava und links und rechts ist Gras. Das heißt, die Pistons fahren aus. Das Gras ist in der Mitte. Es ist Schweine spawnen nach einer gewissen Zeit. Und zwar nach hier gefühlt 600.000 Repeater-Ticks. Fährt das Gras wieder zurück. Die Schweine droppen durch die Lava und du hast automatisch gegrilltes Fleisch. Das heißt, wir werden mal versuchen, ob wir hier da runter kommen. In dem Bereich. Jetzt habe ich mir hier irgendwie ein eigenes Grab geschaufelt. Ich kann es aber so machen. Und so. Und so. Okay. Und also, wie gesagt, so ein bisschen Fackeln schadet hier meiner Meinung nach nicht. Weil wir wollen hier wirklich eigentlich keine bösen Überraschungen haben. Mittlerweile traue ich mich aber auch hier relativ easy in so einen Kampf rein. Weil wir sind ja doch relativ gut gesichert mittlerweile. Und hallo, Mr. Creeper. Es wäre gut, wenn du hier bitte nichts zerstören würdest. Weil ich ehrlich gesagt vielleicht vorhabe, diese Farben hier auch noch zu benutzen. Das heißt, wir machen hier einfach auch noch ein bisschen Beleuchtung rein. Jawohl. Da haben wir ihn down. Und Skeletor. Du hast mich hier nicht gesehen. Okay. Gut. Das heißt, wir probieren hier einmal Hauptschalter. Was? Hauptausschalter. Okay. Aber dann ist es ein Hauptausschalter. Das ist mit Sicherheit auch ein Haupteinschalter, oder? Glaube ich jetzt einfach mal. Oder ist das hier? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, Leute. Ist ja auch logisch. Woher auch? Wir probieren es trotzdem. Weil hier ist ein Knopf gewesen, oder? Ne, hier ist kein Knopf. Hier ist ein... Doch, hier ist ein Knopf. Aus. An. Okay. Aber jetzt haben wir den Hauptausschalter betätigt. Das heißt, jetzt passiert gar nichts. Das heißt, das ist ein Override-Switch. Das heißt, wir probieren das Ganze mal hier anzuschalten. Holy shit. Gab einen kurzen Leck. Ich denke mal eben durch das Ding. Wir haben noch fünf Leitern. Und ich sehe schon oben aber schon die ersten Schweine gespawnt. Das heißt, wir machen das mal ganz kurz so. Wir sparen uns ein paar Leitern, indem wir das so machen. Genau. Und okay, eine Leiter müssen wir dann doch noch hinzufügen. Aber es geht sich genau aus. Okay, ihr seht schon, hier sind jede Menge Schweine gespawnt. Überall in dem ganzen Bereich. Und jetzt sollte normalerweise, genau. Seht ihr, hier aktuell geht ein Delay durch. Und ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich glaube, da kann man die Hälfte davon abschalten. Also wenn ich mal Repeater brauche, weiß ich schon mal, wo ich hin muss. Das ist ein Stack, oder? Alter Schwede, warum denn so lange? In der Zeit spawnt doch gar nichts mehr. Okay, also das können wir, glaube ich, definitiv alles mal hier ein bisschen reduzieren. Also ich glaube, wie gesagt, nicht, dass das wirklich notwendig ist. So, ich glaube, ich habe jetzt einiges an Delay rausgenommen. Und jetzt bin ich gespannt. Normalerweise sollte jetzt automatisch schon das nächste Signal durchgehen. Genau, das kommt jetzt auch viel schneller. Schweine sind schon wieder gespawnt. Vielleicht nicht so viele, weil ich nicht alle spawner, also nicht im richtigen Bereich gestanden bin. Aber holy shit, die gehen schnell auf und zu. Aber wir sollten jetzt eigentlich unten dann fertig gekochtes Fleisch erwarten. Eigentlich. Ah, okay, wir haben hier wieder das Problem, das wir überall haben. Nämlich, dass unser Eis wegschmilzt. Das ist eigentlich momentan das größte Problem bei den ganzen Farmen. Und es kann sein, dass die Schweine mittlerweile zu schnell sterben. Ich glaube, da kommt nichts mehr durch. Na, hier sollte es eigentlich funktionieren. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Schweine sterben in der Lava. Bin ich mir fast sicher. Entweder haben sie das Leben der Schweine, ups, geändert. Wir haben aber noch keinen Eimer, gell? Ne, aber wir können uns einen Eimer craften. Das ist ja schon mal was. Ob hier nämlich überall... Wo ist mein Crafting Table? Da ist mein Crafting Table. Das heißt, wir machen uns ganz kurz hier einen Eimer. Okay, aber die Lava ist nur ein Stick. Aber wie gesagt, ich denke, dass die Schweine mittlerweile vielleicht versuchen zu schwimmen. Und dass es zu wenig Falldistanz ist, bis sie sterben. Schauen wir mal. Hoffentlich sind da welche oben. Seht ihr? Die wollen alle schwimmen. Die fallen nicht mehr wirklich. Das ist das Problem. Ansonsten ist das Ganze hier super geil gemacht. Aber ich glaube einfach, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist, glaube ich, das Problem. Das wäre später ein bisschen scheiße, wenn mir das passiert. Wir können ja mittlerweile auch Halfslips und so locken. Das heißt, das ist ohnehin ein bisschen kacke. Also seht ihr? Wenn die Schweine... Ja, dann rennen da rein, wenn du meinst. Dummes Viech. Also ich glaube, wir können die Farm schon wieder reaktivieren, ehrlich gesagt. Also ich habe da relativ gute Chancen. Erstens mal, wir brauchen hier unten die Strings nicht. Da hätte ich ganz gerne Schere dann, weil die sind doch relativ viel wert auch wiederum. Aber hier die ganzen Schilde, die brauchen wir schon mal nicht. Wenn ich jetzt hier das allerdings wegmache, dann fließt die Laber nach unten und dann haben wir unten Obsidian oder sowas. Also das ist, glaube ich, eher mal noch ein Projekt für später. Aber das hier, glaube ich, ist eine richtig gute... Oder wäre eine richtig gute Fleischproduktion hier drin. Also die können wir uns definitiv mal vormerken. Wir machen das Ding nochmal ganz kurz wieder aus, weil das braucht das nicht die ganze Zeit hier laufen. Aber auf jeden Fall gutes, gutes, gutes System, auf jeden Fall gute, gute Idee. Das werden wir merken, Leute. Das werden wir uns definitiv merken. Genauso wie die Baumfarmen. Also wir haben jetzt hier auf dem Grundstück allein schon drei Farmen, die wir im Prinzip richtig gut nutzen können. Okay, zwei sind wirklich wichtig. Die Farmen hier, gut, kann man auch nutzen, wenn man sie mag, wenn man sie braucht. Aber die Baumfarmen und eben die Dingsfarm, die sind definitiv Wollehaufen, unverkäuflich. Er ist gekaufter Wollehaufen. Warum kauft man sich einen Wollehaufen? Und setzt ihn dann... Das ist doch mit Dingsens gepastet, oder? Da müssen wir doch nicht erzählen, dass du das selber da so reingebaut hast. Und vor allem wozu? Aber es steht noch ein Schild. 20.04.2013. Ich gratuliere Ihnen. Ich gratuliere. Wir nehmen, komm es doch näher. Ich habe mir jetzt einen eigenen Wollehaufen gekauft. Und du so... Ah, hier leckt es definitiv ein bisschen. Was haben wir hier? Haben wir noch mehr Schweinespawner. Das war damals schon echt cool, dass du halt einfach überall deine ganzen Schweinespawner haben konntest. Aber hier ist noch kein... Ach, die sterben alle. Das ist das Problem. Die sterben alle in der Lava, weil sie nicht... Sie müssen da wirklich durchfallen, ohne dass sie überhaupt auf die Idee kommen zu schwimmen. Das heißt, wir müssen einfach die Fallhöhe erhöhen. Und dann ist das Ganze kein Problem mehr. Wir legen uns hier mal wieder ganz kurz ins Bett. Und sehr schön bauen wir das Bett auch gleich wieder ab. Das heißt, dieses Haus hier ist definitiv auch eine wahre Goldgrube für uns. Wir haben hier, wie gesagt, zwei richtig gute Farmen. Die werden wir uns definitiv merken. Wir machen auch hier wieder ein Screenshot von den Koordinaten, falls ich sie doch vergessen sollte. So. Ähm. Oder weil ich das so entschieden habe, dass es eben zu un... Ist das da unten Lappes? Also, weil ich eben gesagt habe, das ist unfair, wenn wir aus der Bestand... Weil hier zum Beispiel ist ja auch alles Eisen. Wir dürfen nichts an... Das ist Lappes. Sehr schön. Wir dürfen nichts an der Umgebung, sprich an den Straßen, an dem U-Bahn-Netz oder sowas entfernen. Auch von Beacons dürfen wir keine Blöcke nehmen. Wir dürfen wirklich nur Blöcke abbauen, die quasi... Holy shit, mega leck. Das wird... Ach. Ich glaube, ich habe noch irgendwas im Hintergrund laufen. Deswegen vielleicht. Ähm. Wir dürfen wirklich quasi nur Blöcke nehmen, die eben kein Bestandteil von Schienensystem, System, also Infrastruktur sind oder von Beacons sind. Und das ist ein Knochen. Den nehme ich gerne mit, weil da brauchen wir theoretisch eine Menge davon, damit wir hier unsere Baumform dann auch wirklich richtig verantreiben können. Aber das freut mich schon mal wieder. Wir haben wieder jede Menge Lapis 41 fast. Oder wir haben 41. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und vielleicht hat der Typ noch mehr in seinem Haus gebaut. Aber ehrlich gesagt, hier waren wir doch schon mal drin. Ja, hier waren wir definitiv schon mal. Warum habe ich es beim ersten Mal nicht mitgenommen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich mir gedacht, ja, wenn wir es dann brauchen, dann holen wir es. Oh. So schnell kann es gehen. So. Wir schauen ein bisschen weiter. Wir waren eher noch da oben. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, da oben waren die Häuser echt richtig, richtig cool. Hier ist immer noch das Haus, das immer noch am Brennen ist. Das ist ehrlich gesagt kein Stückchen weitergegangen. Sollen wir uns das mal vielleicht noch kurz anschauen? Bevor es ganz abgefackelt ist dann. Aber ehrlich gesagt, also random Tickspeed ist auf jeden Fall an, weil wie gesagt, die Sonne geht, die Bäume decayen und so weiter. Noch mehr Lapis, sehr schön. Ich verstehe nicht immer, wie die Leute das machen können. Erstens, es schaut mega scheiße aus. Erstens, hier die Treppe, die könnt ihr mal wieder sauber machen. Ich meine, klar, damals hat man einen ganz anderen Designstil. Und das ist Kohle, oder? Gab es damals schon Kohleblöcke? Ehrlich? Okay, ich bin gerade echt geflasht. Wir haben wieder 18 Kohle. Sehr gut. Ihr seht schon, man muss einfach mitnehmen, was geht. Ja, alles klar. Es schaut mir jetzt ehrlich gesagt ähnlich nach einem Haus aus, wo wir viel finden würden. Oder viel gefunden hätten. Von dem her ist es jetzt glaube ich nicht so schlimm, dass uns die Bude hier am Abfackeln ist. Ähm, wir werden sie jetzt auch definitiv nicht versuchen zu retten. Wobei hier noch relativ viel Getreide rumliegt. Können wir das Ding hier noch bitte einmal schnell ernten? Ach, es gibt ja keine Wassereimer in den Dingern. Oh, scheiße. Gut. Weil so viel Getreide, ganz ehrlich Leute, das ist glaube ich, falls wir dann eben zum Beispiel mal Tiere finden. Und uns dann eine kleine Kuhform. Wobei, die brauchen wir eigentlich auch nicht, gell? Wofür brauchen wir eine Kuhform? Eigentlich, eigentlich gar nicht. Mein Inventar ist schon wieder so voll. Aber wir können das Getreide dann umarbeiten. Gib mir all your Getreide. Die Samen I don't need. Und da schreibt mich glaube ich irgendwie an. Ich schätze mal, es ist Zwie oder so. Jetzt auf einmal sind sie wieder da. Das heißt, ich werde dann da gleich mal rüberschauen. So, wir haben immerhin ein bisschen was an Getreide dann so noch retten können, bevor das Haus hier abfackelt. Gibt es ja noch mehr drin. Hier zum Beispiel haben wir einen Kuhspawner. Kaum redet man davon. Ähm, das hier ist nichts. Irgendwo sind Skelette am... Oh, Nederwarzen. Die sind auch wichtig. Die nehmen wir definitiv mit. Ich komme mir gerade vor wie so ein Feuerwehrmann, der sich nicht wirklich ums Feuer kümmert. Sollen wir SoulSand auch gleich ein bisschen mitnehmen, damit wir es selber wieder anbauen können. Ehrlich gesagt, wir haben schon wieder so viel Müll in unseren Inventaren. Föhn, das finden wir überall. Wie ist es an der Meer? Äh, jetzt wünschte ich mir, ich hätte das LARP jetzt nicht konvertiert. Aber egal, so ist es nun mal. So, gut. SoulSand wird auch abgebaut. Ähm, damit wir einfach später die Netawarzen wieder selber anbauen können. Natürlich brauchen wir jetzt bei weitem nicht so. Ich mache jeweils einfach nur, falls es jetzt jeweils genau ein Stack ist, nehmen wir genau ein Stack mit. Weil ein halber Stack braucht genauso viel Platz im Inventar wie ein ganzer Stack. Also ist das schon mal egal. Und wie gesagt, Nederwarzen, da war ich auch echt am überlegen, wie wir da rankommen sollen. Und das könnte genau ein Stack sein. Perfekt. Das heißt, das schmeißen wir alles weg. Ähm, das haben wir schon weggeworfen. Davon haben wir auch schon welche. Was ist das hier? Hat das irgendeinen Sinn? Nicht für mich erkenntlich zumindest. So, was gibt es hier oben noch? Ah! I'm on fire! Und ich habe keinen, ich habe keinen Wasserimer mit dabei. Ganz ehrlich, Leute, das ist jetzt ehrlich gesagt ein bissl... Huh! Knapp gewesen. Leckt mich am Arsch. Was war das jetzt? Oh, hier ist einer aus zu Eis geworden. Das ist ja auch mal eine ganz altmodische Farm. Ups. Ach Gott, zack. Ihr merkt, ich bin irgendwie gerade ein bisschen nervös wegen dem ganzen, wegen dem ganzen Feuer. Wir nehmen uns definitiv hier mal einen Eimer Wasser mit, würde ich sagen. Ähm, und machen das hier aber wieder zu. Beziehungsweise ist es, ja, ne, weil wenn jetzt alles abbrennt, ehrlich gesagt, dann haben wir überall das Wasser hier rumfliegen. Und darauf habe ich auch keinen Bock. Das heißt, wir schmeißen hier die Samen wieder weg. Und das Feuer kommt auch schon hier gerade unter der Erde durch. Also, das wird ohnehin nicht mehr allzu lange hier bestehen bleiben, das Haus. Von dem her würde ich sagen, machen wir uns von diesem brennenden Dornenbusch hier weg. Und würde sagen, wir springen da runter und hoffen, dass es einfach klappt, oder? Als nächstes schauen wir uns definitiv den Amusement Park an. Ich glaube zwar, dass es, dass das da Wolle ist, aber vielleicht ist es Lapis. Aber da müssen wir ohnehin noch schauen, ob wir uns von dem Park überhaupt was nehmen dürfen. Schaffen wir das in das Wasser? Puh, ja, wir haben es geschafft. Leute, ich werde jetzt allerdings dann eben zu Twi rüberschauen. Das heißt, wir machen dann hier später wahrscheinlich weiter. Ja, für das, dass es eigentlich im Abbrennen ist, nochmal ganz gut ausgegangen.